Guten Abend miteinander. Je nach Jahreszeit sind bei GOP immer mindestens zwei bis drei Herdöpfelsorten erhältlich. So können Sie für jedes Gericht jeweils den passenden Kochtyp unter diesen für die Ernährung so wertvollen Knollen auswählen. Sechs für eine Lionen-Spezialität, eine herzhafte Röste oder einen linienfreundlichen Salat. In Bernbiet in der Umgebung von Betterkindern wird zurzeit die frühen Sorten Sirtema geerntet. Trotz dem Einsatz von modernsten Maschinen braucht es auch da noch viel aufwendige Handarbeit, bis die Herdöpfel nach Kaliber und Qualität sortiert und alte Knollen, Kraut und Stein entfernt sind. Zirtema gehört übrigens zum Kochtyp B. Das heisst, sie ist ideal für Rösti und zum Bröteln aber weniger gut für Pommes frites und Herdöpfelstock. Mehr Interessantes und Wissenswertes zum Thema Herdöpfel enthalten die Broschüren, die jetzt in Ihrem GOP-Laden erhältlich ist. Und jetzt noch ein paar interessante GOP-Angebote. Bis am nächsten Dienstag gibt es bei GOP vier Dosen an 400 Gramm Cha-Cha-Cha-Cha-Katzenvollnahrung nach Wahl statt 5,20 nur 3,80. Ein Liter Coca-Cola oder Coca-Cola Light statt 1,25 nur 90 Rappen. Zwei paar Landjäger im Netz oder Wack verpackt statt 3,20 nur 2,50. Und nur morgen, übermorgen und am Samstag Trauben auf Italia per Kilo nur 2,40. Auf Wiedersehen! J Anthony Ruffio Zwei Pfeil